Freiwillig in Hannover. Die zehn häufigsten Fragen zum Ehrenamt. Frage 5. Was bringt mir ein Ehrenamt? Beantwortet von Nina Lagrande und Tobias Kunze. Man kann sich eine Tätigkeit suchen, die genau zu den eigenen Interessen passt. Dann macht das Ehrenamt auf jeden Fall schon mal richtig Spaß. Und bereichert nicht nur andere, sondern auch einen selbst. Man lernt eine Menge neue Leute kennen. Kann sich ausprobieren, nimmt Herausforderungen an und gibt eigenes Wissen und Know-how weiter. Man lernt also selbst noch was dazu und das macht dann schon mal richtig Sinn. Man bewegt etwas. Man trägt aktiv dazu bei, diese Gesellschaft im Kern zusammenzuhalten. Und durch das eigene Engagement macht man die Stadt auch lebenswerter. Und darüber hinaus bringt jedes Ehrenamt auch Kompetenzen mit sich. Und Wissenszuwachs. Und das ist natürlich für alle Lebensbereiche positiv. Und es macht sich natürlich auch am Ende in der eigenen Bewerbung ziemlich gut. Dafür gibt es zum Schluss eine schriftliche Bescheinigung. Oder sogar ein Zertifikat.